Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Ponyfiller Horses. Wir können hiermit offiziell bestätigen, dass ihr den Abo-Button gesprengt habt. Wir haben einfach mal die 200 Abonnenten geknackt. Und dafür machen wir jetzt ein Abo-Special. Und zwar machen wir jetzt ein Was machen deine Playmobil-Pferde, wenn sie alleine zu Hause sind. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mit dem Video und let's go have fun. So, Joe, du stehst mal gerade. Du gehst mal zu Fanny und hältst sie fest und Santa reitet mit Anna auf dem Hof. Ich habe wirklich zu tränken. Und dieser Zaun, der schaut mal raus. Und du hörst mal auf, an diesem Teil rum zu knabbern. So, Mia stehst mal gerade. Und der Reihplatz soll auf sein. So, Sina kommt hierhin. Hey, Mama hat gesagt, wir sollen unser Zimmer aufbauen. Jetzt unbedingt? Ja, in einem guten Zimmer sieht es so aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja, ich komme. Okay. Ist sie weg? Ja, ich glaube schon, dass sie weg ist. Das ist ja genial. Wieso, was hast du denn vor, Sam? Ach nichts, ist ja nicht so, dass sie uns gar kein Futter überhaupt gibt. Hier ist ja gar nichts drin, ich habe voll Hunger. Mama, mir reicht's. Ich hole mir jetzt das, was mir zusteht. Geht doch. Ach, Joseph, weißt du, was mich total nervt? Nee, was denn, Mama? Weißt du, ich habe ja voll viele Pferde. Aber immer ist es so, dass wenn ein Pferd irgendwie zu hässlich aussieht oder so, heißt es immer, ja, wem geben wir es denn wohl? Und dann heißt es immer, ja, dann geben wir es halt Annika. Nur weil ich die Hofbesitzerin bin, heißt es doch nicht, dass ich jeden alten, abgeklapperten Gaul nehmen soll. Au ja, ich weiß, was du meinst. Ich bekomme immer all die Schecken, obwohl mir Frisbee gar nicht gefällt. Das ist, ich hasse ihn. Also, wenn das nicht bald aufhört, dann werde ich streiten. Ich auch, Baby, ich auch. Äh, ich bin deine Mutter. Äh, ups. Äh, ich bin deine Mutter. Äh, ich bin deine Mutter. Danke, guter eifter Freund. Puh, ich glaube, ich bin in Sicherheit. Puh, ich bin deine Mutter. Oh, doch nicht. Rotzgeure. Schnell weg hier. Hi, Tiger. Schnell weg. Was machst du da? Zusammenreißen, Tiger. Ja, ihr liebe Lucy. Hey, hab dich lange mal gesehen. Wollen wir Verstecken spielen? Lucy? Was? Äh, tut mir leid, Trotzgeure. Ich meine, kleine Engel. Ich meine Lucy. Ich bin schon ausgebucht. Tschüss. So schnell wird man sein Erzfeind los. Lucy. So, ab zu meinem. Äh, schon wieder die Leiche. Ah. Was ist los, alter Freund? Äh, boh, au. Was war das? Tote Tiger. Es gibt einen Mörder unter uns. Äh, ist das ein Girl oder ein Mädel? Was frage ich da eigentlich noch? Äh, 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 ein Mörder ist unter uns. Ups. Schnell weg hier. Äh, äh, äh. Mama, ist das ein Spinner? Vergiss nicht, er gehört nicht zu uns. Ich brauche Ruhe. Oh, ein ruhiges Plätzchen und ein Apfel. Aha. Ja, das brauche ich. Dann kann er mit Netflix-Marathon beginnen. Nur noch da durch. Oh. Warte, wie komme ich da durch? Äh, das muss doch reichen. Ja, eigentlich für... Warum liegt da ein Apfel? Äh. Nun gut. Was? Äh, Anne? Habe ich dich wahrscheinlich dann nur verlegt. Äh, äh, äh. Geht's dir gut? Holiday? Äh, Friday? Äh, äh. Pascal? Hola, Amiga. Ich tick doch nicht mehr ganz richtig. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Freunden wir uns auch. Teilt dieses Video an eure Großeltern, Mamas, Cousinen und vielleicht euren Freunden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch auf unserem zweiten Kanal, Lola's Repane Studio, vorbeischaut. Und, ja, fragen wir uns mal, wann unsere Pferde wieder Mist bauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.